Hallo YouTube und jetzt willkommen zu einem neuen Part von Uncharted 4. So, wir sind jetzt auf der Jagd nach Sam. Der baut schon wieder Scheiße. Sind im neuen Kapitel. Ich glaube, wir bewegen uns allmählich Richtung Ende. Elena und Sully konnten uns nicht folgen, da sie, ich kann ja noch nicht, am Seil hochklettern wollten oder weiß der Teufel warum. Aber macht ja nichts. Auf uns allein gestellt kriegen wir das in der Regel auch ganz gut hin. Hier wäre sogar eine Tür gewesen, oder? Hier wäre sogar eine Tür gewesen, die hätten wir auch aufknacken können. Also es hätte Möglichkeiten ohne Ende gegeben, aber gut. Wie gesagt, scheinbar wollten sie nicht. Jetzt schauen wir uns hier ein bisschen um, vielleicht finde ich noch eine Tupperdose. Und ansonsten versuchen wir jetzt Sam einzuholen. Der alte Lump, der nur Scheiße im Kopf hat. Leider. Das muss man einfach so sagen, der Kerl hat nur Blödsinn im Kopf. Komme ich da irgendwie rein? Nö, da komme ich nicht rein. Wäre zu schön gewesen. Frag mich nicht, warum ich da unbedingt jetzt rein wollte, aber... Es sah aus, als könnte man reinkommen und eine Tupperdose finden. Ist da was drin? Nee, da ist nichts drin. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir den Lump einholen können. Wahrscheinlich schon. Wobei, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, das hat sich irgendwie verdammt krass nach Abschied angehört. Ich liebe dich, komm zurück und bla bla bla. Ja, seh dir, Nate sieht es genauso. Das einzige, was mich jetzt hier gerade wundert... Wieso kann ich hier runter gehen? Ach, das ist wahrscheinlich nur für den Fall, dass ich den ersten Sprung nicht schaffe. Okay. Nur hier. Ein Stein. Sah interessant aus. Es hätte eine Truhe sein können. Und hoch. Und hier. Hey, was ist das? Fußspuren. Sam! Naja, wer sagt das, dass... Ich bin sicher, er ist schon über alle Berge. Und wir sagt das, dass die Spuren von Sam sind. Und wo kam der überhaupt her? Der kam ja scheinbar aus der gleichen Richtung wie wir, oder? Okay. Dann wird hier erstmal ein Abgesalt. Mal zu dem gruseligen Berg. Sam retten und dann nichts wie weg hier. Ja. Morgen werde ich über all das lachen. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass du morgen auch noch nicht über alles lachen kannst. Ganz ehrlich. Ich glaube, dass du morgen genauso angepisst sein wirst wie jetzt. Weil Sam hat uns halt hinten und vorne verarscht. Aber so hart verarscht. Und irgendwie kommt mir das Level-Design hier gerade extrem bekannt vor. Fühlt sich gerade an wie der Anfang von der Insel. Jetzt noch eine Schießerei gegen die... Gegen unsere guten Freunde. Und wir sind definitiv am Anfang. So. Gibt's hier was? Nö. Dann mal los. Zurück auf der Spur. Okay. Die Fußspuren enden hier. Tja. Wenn die hier enden. Was hat das wohl zu bedeuten? Nö. Im Ernst? Ich sehe auch gerade nichts. Ah. Okay. Da oben. Da kann ich aber niemals hinspringen. Oh, komm schon. Wo ist der hin? Ah, okay. Da kann ich auf jeden Fall mich hinseilen. Das da schaut aber echt interessant aus. Das würde mich jetzt tatsächlich interessieren. Was gibt es da oben? Das hat jetzt fast... Das wäre jetzt fast ins Auge gegangen. Das will ich jetzt aber tatsächlich wissen. Ich... Ich meine... Klar, ich denke mal, dass ich in die Richtung schwingen muss. Aber... Komm. Schwing dir einen ab. Aber kräftig. Oder ist das jetzt hier tatsächlich der reguläre Weg? Ich sehe auf jeden Fall keine Fußspuren. Was ich eigenartig finde. Ich glaube, das war tatsächlich der reguläre Weg. Also, der hat ab und an echt ein sehr, 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 sehr eigenartiges Flugverhältnis. Perfekt. Wäre auch echt traurig, wenn wir dich nicht hätten umbringen können. Wenn man... Wenn uns das Spiel jetzt den Spaß daran genommen hätte. Das wäre sehr enttäuschend gewesen. Er wird seinem Bruder mit Sicherheit verzeihen. Geht das? Das klappt doch niemals. Doch, das klappt. Das hat doch wirklich geklappt. Darauf hätte ich jetzt nicht geschwört. So. Und hoch. Und... Dahin. Ja. Das ist eine Kletterpartie, Leute. Was ist das? Kann ich es untersuchen? Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass er hier keine Pause gemacht hat. Oh, das ist Bärns Enkel. Oh, Bärns Enkel. 1808. Okay, das ist schon eine gute Zeit später. Mhm. Oh, Fieber. Nicht gut. Im schlimmsten Fall verliere ich das Bein. Ja, ich... Knapp daneben ist auch vorbei, Kumpel. Ich... Jetzt... Lass mich das Ding nochmal angucken. Ich hätte es nochmal umdrehen können. Ah, okay. Seine Geliebte. Naja. Er sagt, im schlimmsten Fall verliere ich ein Bein. Ich muss dich enttäuschen. Du hast ein klein wenig mehr als dein Bein verloren. Aber... Hey, du warst wenigstens optimistisch. Und... Geronimo. Ja. Hättest du da hinten noch was gegeben? Ne, hättest du nicht. Okay, ich denke, wir kommen ihm allmählich... Allmählich auf die Spur. Hey, Sam! Schrei nicht so rum. Wir sind hier nicht allein. Ach nein, nicht schon wieder Brücken. Ihr kennt meine Abneigung zu Brücken. Und hier sind verdammt viele Fliegen. Ich würde sagen, irgend so eine Bergziege hat ihn gekackt. Komm, hoch mit dir. Uiuiuiui. Da wäre es nämlich ziemlich weit runtergegangen. Aber das ist klar. Jede scheiß Brücke, die ich betrete, die muss einstürzen. Okay. Fässer hätten wir, aber leider keine Schätze. Aber echt krass. So, da wären wir. Okay. Oh, ne. Können wir los. So eine Rutschpartie wieder. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Muss ich hoch oder runter? Ich tippe jetzt einfach mal auf hoch, weil runter schaut nicht gesund aus. Und das schaut auch nicht gesund aus. Er stürzt doch sicher gar nicht an. Ach du Scheiße. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui finden, oder? Ich meine mal, das Ding ist mir ja nicht auch unterm Arsch weggebrochen. Irgendwas Glänzendes? Irgendwas Glänzendes? Ich will was Glänzendes haben. Nö. Hier kommen wir her. Gut. Dann geht's weiter. Ey, keine Schätze. Nichts. Gar nichts. Ein Mädchen will ich jetzt sogar mal wieder über ein Steingefäß zufrieden. Okay, da geht's hin. Da wird's hochgehen. Da geht's runter. Ey, noch nicht mal ein Steingefäß. Das Spiel hasst mich, aber schaut euch mal dieses kristallklare Wasser an. Was meinen ihr, wie sackkalt das grad ist? Nö, aber es ist hier wirklich... Warte, vielleicht da. Ich höre Frösche. Und ein Schatz. Hey, das schaut gar nicht mal so hässlich aus. Steinvase. Naja. Wir haben aber jetzt echt verdammt viele übersehen. Ich vermute mal in der... in der einen Stadt wären verdammt viele noch gewesen, wo ich einfach durchgerusht bin. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Seht ihr das? Das wird ein Spaß. Ui, jui. Oh Gott, das ist schwerer, als es aussieht. Das glaube ich dir, dass das schwerer ist, als es ausschaut. Alter Schwede. Um Gottes Willen, ich muss mich da jetzt da nicht hinschwingen, oder? Aber es sieht fast so aus. Er baumelt sich hier einen ab. Der schaut so geil aus. Ich schaffe das. Okay. Da lang. Ich glaube wirklich, dass ich mich da hin... Ich würde... Never. Das würde ich niemals tun. Niemals. Aber sowas von niemals. Ich traue der ganzen Bedulle hier gerade nicht. Ich kann das schaffen. Oh, verdammt. Oh. Ach du Scheiße. Ernsthaft. Ich schaffe den großen Sprung mit dem Seil da hinten. Aber das jetzt nicht. Du verarschst mich doch. Spiel. Du verarschst mich doch jetzt. Wie kann ich das schaffen? Oh, verdammt. Oh, Mist. Oh. Okay, Nate. Es wird echt brenzlig, was wir hier gerade treiben. Wir sollten aufpassen, weil... Sogar deine Leben gehen allmählich mal aus, würde ich sagen. Weil du hattest jetzt eh schon mehr Glück als Verstand. Wohin muss ich das denn ziehen? Ach, ich muss mich hier wahrscheinlich abseilen, oder? Ja, muss ich. Wow. Wow, Leute. Seht ihr das? Na klar seht ihr das. Wenn ich seh, dann seht ihr es auch. So. Hui. Komm schon. Ey, das ist... Das ist eine Aktion, die ihr hier treibt. Das ist Wahnsinn. Nur geisteskranke. Wirklich, das ist Kategorie absolut geisteskrank. Schaut euch das mal an. Aber das schaut doch echt... echt hart geil aus. Wir haben wirklich das Schiff gefunden. Vielleicht kommen wir wirklich noch anderen Schatz dran. Falls wir uns das Genick hier nicht brechen sollten. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach, sich hier nicht das Genick zu brechen. Das war viel zu knapp. Ja. Also hier brechen jetzt wirklich allmählich alle Steine weg. Aber wir bewegen uns irgendwie in die falsche Richtung. Ich würde hier gerne ins Wasser runterspringen. Aber ich denke fast, das ist nicht tief genug. Och ne, so eine Aktion wieder. Das ist wohl mein Weg runter. Oh. Hä? Wodern bin ich denn jetzt gestorben? Arsch aufgerissen, oder? Das ist wohl mein Weg runter. Es macht ihm Spaß. Definitiv. Wenn ihr mich fragt, war das ne zu knappe Aktion? Hast du das wirklich alles gemacht, Sam? Aber komm. Ich hatte einen Toten in den Weg genommen. Einen weniger schmerzhaften Weg hinunter. Was meint ihr, wie der Arsch von dem armen Kerl jetzt wehtut? Ich bin hier irgendwo hoch. Ey. Das ist so geil. Das gefällt mir einfach absolut. Und wir haben noch ein Schätzchen gefunden. Komm, was bist du? Ne Dose. Klar. Und sie schaut jetzt wirklich mal auch aus wie eine Tupperdose. Wow. Aber hier oben gibt es scheinbar nichts mehr. Schauen wir noch rüber. Ja, wieso nicht? Wenn wir schon hier sind, schauen wir auch mal ganz kurz rüber. Wenn ich das gerade richtig sehe, ist es hier unten ein Durchgang. Ja. Das ist wahrscheinlich dann der offizielle Weg. Jetzt komm schon. Hier kannst du doch hoch. Kannst du nicht. Okay. Achso. Aber hier kannst du hoch. Ja, ne. Ist klar. Das ist auch so eine Aktion, die ich nicht verstehe. Wann kann ich aus dem Wasser irgendwo hochgreifen und wann nicht? Das ist für mich so ein bisschen random. Aber ich will mich jetzt hier wie gesagt noch ganz kurz umschauen. Ich denke fast, dass wir diesen einen Durchgang da nehmen müssen. Aber bei meinem Glück gibt es hier noch Piraten. Ähm. Piraten sag ich schon. Haie, Piranhas oder irgend so was kommt jetzt doch wahrscheinlich noch. Bei seinem Glück und meinem Glück. Diese geballte Unglückspower zusammen. Okay, ich glaub das war's. Kleinen Bogen geschwommen. Ne, das war's. Ey, das schaut so geil aus, Leute. Dieses Farbspiel. Hammer. Einfach nur Hammer. Gut, dann schauen wir da mal durch. Ich brauch den Hinweis nicht. Ich weiß, wo es lang geht. Ich wollte mir nur umschauen. Das Spiel ist so ein klein wenig stressig. Wenn es nicht sofort weiter geht. Zack, hier, Hinweis. Schau, dass du ans Ziel kommst. Okay. Es gibt nichts. Das ist die letzte, Ma'am. Gut. Wenn wir uns beeilen, holen wir die anderen noch. Sam hat sich gerade unser verdammtes Boot geschnappt. Er will zu Avery's Schiff. Komm. Lass ihn. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Die meisten meiner Männer sind tot. Und wer noch lebt, ist abgehauen. Siehst du das da? Das Ende ist buchstäblich in Sicht. Dein wahnsinniger Pirat hat die gesamte Höhle vermint. Ich setz keinen Fuß auf sein Schiff. Nadine, wenn du hier und jetzt abhaust, war der Tod all deiner Männer. Alles, was wir getan haben. Umsonst. Wir haben hier Gold im Wert von Millionen. Das und lebendig zu sein reicht mir. Kein Wunder, dass dir die Männer abhauen. Wie bitte? Wir stehen kurz davor, Geschichte zu schreiben. Und du gibst dich mit einem Almosen zufrieden. Einem Bruchteil. Von dem, was Sam auf dem Schiff erwartet. Wenn er es lebend von diesem Schiff hinunterschafft, kann er es haben. Dann hat er sich's verdient. Ganz im Gegensatz zu dir. Jetzt hör zu. Wir können den ganzen Tag lang hier stehen und uns beleidigen. Oder wir beenden das, was wir... Wir werden's beenden. Sorry, man. Mit Söldnern ist das so, Nadine. Ihre Loyalität ist käuflich und nicht verdient. Und jetzt komm. Entweder wir beenden das hier gemeinsam oder wir beenden es gleich hier. Lass uns Geschichte schreiben. Braves Mädchen. Nach dir. Vergessen. Ja, Leute, da hat er recht. Das ist das Problem mit Söldnern. Die Loyalität ist halt käuflich. Aber ich finde es krass, dass sie sich einfach von dem watschen lässt. Finde ich heftig. Ich meine mal, sie hat Sam und mich total vermöbelt. Und Sam hat 15 Jahre lang eigentlich Tag ein Tag aus trainiert. Finde ich krass. Und Nathan ist jetzt auch nicht wirklich unsportlich. Und sie lässt sich von irgendeinem Waschlappen eine reinhauen. Cool. So, damit sind wir aber auch am Ende des Parts. Aufs Schiff geht es beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Und vielen Dank, wirst du gucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.